Nach den Anfang Januar bestätigten Fällen der britischen Virusmutation am Flughafen Wien besteht nun auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Variante in Tirol aufgetaucht ist. In der Gemeinde Jochberg im Bezirk Kitzbühel liegt in 17 Fällen ein konkreter Verdacht vor. Das teilt das Land am Dienstag in einer Aussendung mit. Eine Erstprüfung durch die AGES habe das ergeben. Mit einem endgültigen Ergebnis ist in einer Woche zu rechnen. Außerdem sind bei weiteren Personen aus den Bezirken Kufstein und Kitzbühel auffällige PCR-Profile festgestellt worden. Laut dem Land handelt es sich bei den Betroffenen um Personen unterschiedlicher Herkunft. Zum Großteil britische Staatsbürger. Elmarie Zoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes des Landes, über die Personengruppe. Es ist eine Personengruppe von Skilehrern, die in einem Personalhaus in Jochberg untergebracht waren. Vornehmlich handelt es sich um britische Staatsangehörige, die zwischen Oktober und 18. Dezember 2020 nach Österreich eingereist sind. Zudem bestätigt Rizzoli, dass die Anreise über den Land- und Luftweg erfolgt ist und verweist darauf, dass kein Skiunterricht stattgefunden hat und damit kein Kontakt zu Schülern besteht. Ab 22. Dezember hat Österreich ein Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien verhängt. Die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel veranlasst laut Land schließlich am Samstag die Testung aller Skilehrer in drei Personalunterkünften. Der Bund ordnet laut Gesundheitsminister Rudolf Anschober indes an, die Bevölkerung in Jochberg ab sofort umfassend auf das Coronavirus zu testen. Den Bürgern wird dringend empfohlen, einen PCR-Test durchführen zu lassen. Wir rufen die Jochberger Bevölkerung dringend dazu auf, dem Angebot einer kostenlosen PCR-Testung nachzukommen und zur Sicherheit den Covid-Status abklären zu lassen, appelliert auch Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg von der ÖVP. Auch wenn es sich derzeit noch um einen Anfangsverdacht handelt, will man dennoch auf Nummer sicher gehen und keine Zeit verlieren. Die ersten leichten Symptome sind beim Großteil der Betroffenen am 3. Januar verzeichnet worden, berichtet das Land. Es folgten die positiven Antigentestergebnisse und schließlich die Auffälligkeiten bei den PCR-Tests. Die rund 1.500 Einwohner Jochbergs können sich bereits am Dienstag an einer Screeningstraße auf das Virus testen lassen. Am Mittwoch können sie dann im örtlichen Kultursaal einen Abstrich machen lassen. Parallel zur Überprüfung durch die AGES werde derzeit das routinemäßige Contact-Tracing mit Unterstützung der Exekutive durchgeführt. Die betroffenen Personen und deren enge Kontaktpersonen sind und werden routinemäßig umgehend isoliert, so Ruizoli.